Es gibt heutzutage bei einer Reihe von gutartigen Tumoren und auch bei einigen bösartigen Tumoren, also Formen von Krebs, wenn sie in einem ganz frühen Stadium sind, die Möglichkeit, sie auf endoskopischem Wege, also ohne Operation mit Bauchschnitt, zu behandeln und auch zu heilen. Gutartige Tumore können im gesamten Gast- und Testinaltrakt, also speisere Magen und dem gesamten Darm endoskopisch behandelt werden. Die Behandlung bösartiger Tumore ist, wenn diese in sehr frühen Stadien entdeckt werden, möglich in der Speiseröhre, im Magen und im Dickdarm. So eine endoskopische Tumorbehandlung ist für den Patienten gar nicht viel anders als eine normale Magen- oder Darmspiegelung. Das wird entweder in Sedierung, manchmal auch in Vollnarkose durchgeführt und dann wird durch eine natürliche Öffnung, also durch den Mund oder durch den Po, mit einem Endoskop zum Tumor vorgespiegelt und der wird mit einem ganz, ganz kleinen Messer aus der Wand des Darms oder des Zwölffinger-Darms oder des Magens oder der Speiseuhe herausgeschält. Danach wacht der Patient auf und in aller Regel hat man keinen Wundschmerz und merkt eigentlich gar nicht, dass so eine Behandlung stattgefunden hat. Vor der endoskopischen Behandlung einer Krebserkrankung muss, wie bei jeder Krebsbehandlung, Krebsbehandlung zunächst ein Staging stattfinden. Also es muss genau ermittelt werden, wie ausgedehnt, wie weit fortgeschritten der Tumor schon ist. Nur ganz frühe Formen von Speiseröhren, Magen oder Dickdarmkrebs kommen für eine endoskopische Behandlung in Frage und wenn der Tumor dann endoskopisch entfernt worden ist, wird das Präparat in der Pathologie untersucht und nur, wenn auch dort sich zeigt, dass mit genügend Sicherheitabstand alle bösartigen Zellen entfernt worden sind, ist die Behandlung abgeschlossen. Dann ist die Sicherheit genauso gut wie bei einer chirurgischen Behandlung, aber die Nebenwirkungen und die Dauer, die man im Krankenhaus verbringen muss, ist deutlich kürzer.